Hallo, hier ist der René beim 902 von NOMA WOMEN HELL und ich habe heute ein Special-Vest dabei, es ist unser Lennart, der Carlo Lennart. Hi. Ja, soll ich schon in der Welt sein können. Oh, ich habe einen Schock. Ja, warte nicht, geh rein. Für all die Spieler, ich kenne hier ist erstmal so aufgrennt, deswegen auch Wohnstardingen, diese Zeit da oben. Ja, aber... Ich bin so gut wie drin, warte. Ich mocks ganz gerne vermisse. Oh, ich muss nachladen. So, ich bin drin im Game, ja. Ich muss kurz gewachsen suchen. In dem Spiel kann man... Oh, okay, jetzt beginnt sie wirklich. In dem Spiel kann man auch infiziert werden oder verbluten oder ansonsten die Sachen sterben. Ich habe eine... Ich habe diese, äh, komische MK... Warte, die heißt... Ruja 10,221, die ist scheiße. Ja, das ist sie. Wo bist du hingelaufen? Warte. Da, ich sehe dich. Ich schieße alles. Wenn du mir den Vorschaukommel hat, verworren willst... Ne, ich brauch den nicht. Ich habe eine Barretta und eine Ruja 10,221. Warte, ich schieße kurz oben gegen das Brett. Du ein, ich ein. Wenn du eine AK siehst, darf ich sie haben. Ich habe hier eine Schatten und eine SKS, aber du kannst sonst die Ruja 10,221 haben. Kann ich auch die SKS haben? Ich brauch die eigentlich. Ja, gut, hier nimm sie. Das ist, das ist die AK. Oh. Ja. Hier ist ein bisschen Shotgun ammo. Wo? Ich habe keine Shotgun. Aber warte mal. Dann nehme ich jetzt die hier. Okay. Uh, ich habe richtig viel Schuss. Warte mal. Ich kann die Muni nicht aufnehmen. Dann bist du überlastet. Nein. Nein. Ah, wo die brauchen ja nicht. Jetzt 6. Ah, jetzt noch ist eine Schatten, die Mehrschuss hat als 2. Da. Okay, wo? Die, wo? Die, die, die Mehrschuss hat als 2. Und dafür könnte ich gut dein Amt von Munition gebrauchen. Okay. Ja, was wir nennen die. Gut, hier nochmal die Spielanleitung für jetzt alle, die das auch mal spielen möchten. Das ist nämlich für die Play-Spiel bei Steam. Bei 1 hat man in diesem Kreis hier. Ja. Warte mal links Glück drauf, wenn man was haben möchte. Bei 2 hat man die Munitionssorten. Bei 3 hat man Hilfe Sachen oder sowas. Brauche ich Munition oder sowas. Und den... Rene. ...mit Mausrad auch nochmal drehen, ja? Na? Ich hab dich ver... Ah, ne, da bist du okay. Wollen wir losgehen? Warte. Wollen wir mal... Medix? Ne, hier sind keine Medix. Medix und Dating, okay, dann... Oh, gut, hier wieder auf. Okay. Los geht's. Weg. 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 Ich erlaube dir auch gern zu schießen. Boah, pass auf! Euerke. Deiner war... Warte, ich schlüchen ab. Ackro! Wow! Gesetzgeùng Thesee- ein penalrespect. Ja komm, äh ... ja, das ist einfach so! Natürlich, jetzt mal noch einmal, müpplich, noch dass ich mich nicht schießen, okay. チャンネル来, denłącz dich gut ach. Ja gut,?' Verontser일도. Ok, ich leid dir nicht mal ein paar Ver� kosten. Neues, ich hätte stops sein, meineйme. Ich hätte da aufge goinst, was ich oder sowas... Lane auch mal klebt. 確 的íreんですstrat. muss ich nicht habe den schlüssel dafür ja ich weiß ich die vor aber ich hier müssen wir das ja durch zum tunnel da ist abgesperrt da kann man da kann man nicht weiß ich ganz genau was von drin das ist das machen kann ja jetzt schon lang ja und wie er schon war es offen man muss es auch noch mal zu laune welch eine tolle map komisch ne warte kurz ich bin ich so schnell ich wollte ich bin von überladen soll ich dass du mich erst mal 2 glaubwürden irgendwann noch mal richtig verwendet ich habe nur noch ein wo auch Prozent der Kielbäck der Becker hat hat ein muss sich die Ferdinand die vorhanden all der Kinder sind die schlimmsten bei den kleinen ich gehe jetzt auf und mann der überlegt hat drei Schläge mit dem Vorschlag 3 Euro du musst länger gedrückt haben du musst länger gedrückt halten und darfst ausholen lassen denn einmal ab denn einmal loslassen die dritte hätten ganz lange gedrückt hätten den abdruck habe ich schon aber ich mag weil er kann man das mache ich was denn sorry und hier die muss ich muss nur an eine neue wasser äh nicht viele auf jeden Fall sagst du da unten auf dem Boden irgendwo schwarze Munition die ist für den was denn mit dem Team was oooooh die kommen wir durch René ne der wurde gerade ja schieb ich noch einen Schlüssel gut kommit ich hab den Schlüssel ich kann nicht so schnell laufen da kommt zum ich weiß gut kommit ja ich bin einfach da hinten die Tür die hier die 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 okay soll das mit ok okay ich bin drin ob ich muss umbauen die mono dich an online sind willst du die haben hier die m16 lass mal aber ich weiß du bist auch viele zombies sind ich habe jetzt ganz gut die granate gebrauchen ich nehme mich jetzt gerade nicht da ich habe nur noch ein magazin und in der heckler und koch haben die granate die darum liegt wenn wir noch gebrauchen ich habe nicht mehr genug platz ich muss es abwerfen soll ich beim daten wegwerfen nur keine mädchen wegwerfen ich weiß ich die blöde heckler in kopf so scheiße die granate die krieg ich nicht du hast von gläder headshot warte mir gib mir die granate sonst ich mach sie da irgendwo hin Peace Bitches Prozent reizt wo und den der Föderstück überlebt Prozent Prozent die Zölkern haben einig was macht der Munitionsverschämter die Schöpfe vor Ort vor Kindiger hier schon mal die Akademie erwarten warte ich muss der Klang kochen im vergessens Prozent Prozent okay es hat für beiden Kultus im Schilder das habe ich noch 31 und die hier hat es noch auch aber das sind vom Vorbestand die Begrüßung da muss die Worte Worte bestehen aus dem ist rot aber nur die ganze Mäden ne Eile die Mäste und die Schuppermann oder so was tut ich habe verloren ist der Englernstrand und hier kommt ja die Schöpfung auch sein die Bandage oder so bei mir nicht die Schatten die schwarze den Monit und wird auch noch mitnehmen wenn du kannst ja, ich hab noch Platz Warte, äh, Munition hab ich jetzt schwarze, ähm, weiße und, äh, schrotten aber ne Schrotfen, da hab ich nicht mehr ja, kannst du dir gleich davon holen wieder dann wie viel Schuss hat dein Stommgewehr noch? ich hab beide Stommgewehre, die will ich auch behalten das erst mal so, du hast auch die erkannt? ja, die hier, ne? ja, ja, die hab ich auch, die hab ich auch nicht geil wow, ja, hab ich schon wir müssen zum Tunnel, ne? ja, ich weiß aber, ich übergänge hier noch ein bisschen durch die Landschaft ja, hier vorne steht komm, nee der hat einen Schlüssel, ne, 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 das geht nicht, ne, da kannst du doch nicht wieder weg egal weil ich komm mit wir sind nicht viele dann hast du noch vier Munition, weil ich hab für die einzelnen Waffen, äh, die Vorwoller sauf dir und ihr hängt ein Stück, aber auch, fuck komm jetzt zurück komm jetzt zurück ich hab 21 noch für die hier ist nachs hier ist nachs da hältst du einmal kurz linksklick und dann lässt du los dann mach den wohnen Hack also einmal auf zuocken und dann passt das ich hab aber ne, ich hab keinen Platz mehr na, okay, dann komm, komm zu mir ich muss die Knarren erstmal behalten oh gut, die Tür geht hier auf ich kann mich irgendwo Medik suchen ja, genau, waren wir doch jetzt drin wo bist du? stand, ich verliere dich immer aber ich glaube, ich weiß nicht was komm, nimm ein paar Mediksen, ich kann mich nicht mehr tragen wo bist du denn? kann auch nichts mehr tragen ok soll ich eine Waffe abwerfen? na, die MP5 ist unnötig oder wie viel Schuss hat die? 19 unnötig, glaub mir oder wie ja, eigentlich schon ich kann noch dieses, äh, das anti-strahlen also das anti-Zeugs mitnehmen aber mehr nicht mehr ist nicht drin ok, weiß ich Bescheid du bitte? weiß ich Bescheid hier kommt noch kurz zu mir hier unten ist ein Revolver und da ist noch Munition für den Revolver ja, den hab ich mitgenommen ich hab nur noch, äh, 21 warte mal ich glaub, 21 für die andere ok, komm mit ich trag die MP5 gerade ein bisschen mit was tragst du mit? MP5 trage ich gerade wo bist du denn jetzt? ich bin wieder ausgegangen soll ich die gleiche Tyrone reingegangen sein? ok, ich renne schon mal zurück ah, hier, komm, dreh dich um ah, ja, dann ok, zum Tunnel? Fragezeichen ja, wir gehen jetzt, wo wir hängen müssen na, wo wir nehmen ne, wo wir nehmen ein bisschen mit so, hier ist doch der Heckler und Koch das ist ein Termin, ja oh, hier ist das alte Sturmgewehr, ja, okay muss es ja unbedingt vom Laster runter springen, ne? war ein bisschen dumm oh, hier ist doch kein Lutscher ah ok, ich kann sowas von geil werfen, lass mich, lass mich ja, ich wollte nur du kannst deine, du kannst deine Heckler und Koch da mitnehmen ich hab nicht dir noch Platz immer Hand mitnehmen, dass du, dass die vor einem müssen aber warte mal ne, sonst schmeißt irgendwelche unnötigen Sachen da raus das ist der Tunnel ist hart, ne? brauchst du die schwarze Wolf Munition, oder? soll ich dir die hinlegen? mhm liegt hier bei der Heckler und Koch, wo du sie hingelegt hast na, bediene ich mich doch gerne, denn ich brauchte die mal wieder nimm sie dir diese andere schwarze immer brauchst du für den Revolver, ne? ja, ich hab ja ja, ich nehm die mit sonst ja, ich brauchst du für den Revolver, nimmst du die mit? ich hab ja, okay, nämlich mit, weil du brauchst kannst du mal eine Beschattung wir leben hab ich noch grün und ich ey, du hast auch grün, komplett lass mich vor, lass mich vor okay, dass wir beide auf ihn eingefrobert haben ja, das war ineffektiv, würde ich sagen oh, hier ist Medik, das nimm gleich mal mit wo? oh fuck, ey, die attackiert nicht, ah! wir schießen bei den Headshot leider alleine von dieser Distanz, ne, das verschwerft sich irgendwie diesen Spiel, Headshot, also knapp als Distanz naja, man muss sich einspielen ja, äh, kannst du mir die Revolver-Money geben? alter oh, hier warte mal, warte mal, hier nicht noch richtige Munition für mich da ist ne AK da ist ne Glock die ist ne AK für dich warte, die, die, die Wolfen-Munition, die brauch ich, ne? hä? diese eine Wolfen-Munition brauch ich, ne? ja, nimm sie dir ja, okay, und wie hast du denn hab ich schon noch wo ist die, wo ist die, wo ist die Wolfen-Munition, dass ne Revolver gebraut? die Wolfen-Munition hab ich die schon ganz hinten hingelegt ja, du hast jetzt nicht wirklich nicht mitgenommen, oder? das sind nicht an dem Spiel, man kann ja weg so, ja, ja, die habe ich mitgenommen hast du die AK mitgenommen, die ich die hierhin geprobt habe, ja, hast wie viele Schüsse ist denn der, die da unten liegt? na, ich hab schon ne andere AK, ich brauch deine nicht ja, komm doch an, welche ich hier mehr was ist das? Stromdinger das ist schon auch nötig, ne? ich hab' die Glocke mit ja ich hab' nur noch drei Schuss komm, ja, nur kurz wir müssen jetzt hin, genau, wir müssen jetzt hier hin ja, nee, hier ist ein Fahrstuhl, ne? ich weiß war da, war da nicht runtergehen, nicht runtergehen so ne Taschenlampe sie sind keine, glaub ich war das schon mal da unten drin? da unten? ja, oder warte, ich mach kurz meine, mach deine unter Video kann man hier irgendwie die Helligkeitsstufe oh, die schon mal da unten, das ist ja nicht dunkel, man oh, komm doch mal, dass alles alles beleuchtet oh, du meinst? unten ist doch alles hell, guck mal rein Kommt so nach? du bist nur noch gelb ich weiß, wenn wir so und nach kratzen, was das mit uns aber da müssen wir da war ich letztes Mal schon, das ist wichtig hier das ist ein Kind ich... ich... oh man scheiße, meine Glocke ist leer, ich weiß die hellen ja, na super hell, ich finde das auch super hell hier unten ja, oder... oder auch nicht, ich wusste nicht, dass es so tief nach unten geht ja, warte kurz, lass mich... komm, komm ja, da vorne sind Zombies, ne? ja, und? ich seh sie alle sind tot, wir haben sie zwei Schuss da ist wieder ein bisschen heller weißt du? wir sollen weg, wir sollen zurück zum Fahrstuhl na, zu einem anderen Back to Cabin ist Fahrstuhl, oder nicht? nein, wir sollen jetzt einfach weiter wow! dem Licht fallen lass mich durch! du hast die M1911, oder? ja, kalt ja, M1911 ja, die ist geil, ich mag die voll ein Hatcher tot, oder? mhm hab fast aber keine Embo mehr hä? er hängt sich gerade richtig auf du musst mal aus dem Weg gehen wenn du dich immer bei mir im Weg stellst, dann kann ich nichts machen Mann! wieso bin ich jetzt echt... was? ich werd angegriffen! das Kind! ich bin infiziert, hast du vielleicht diese Vortex-Dinger? ja, ich hab was! da! oh Gott, yeah! ich kann auch noch, wie die mich infiziert haben! ja, das kleine Kind war das wieder, René so, ja, die bemerkt man nicht, ne? nee, die kommen immer so, weil die so klein sind ja, mies ok, komm, wir drown uns hier ah, hier so nach unten beziehen nein alter, ist lecker, derfst ja, bei mir auch, und ich hab das Teil kaputt was? die Brücke, die da runterfährt na toll, ich hab noch, ich hab noch 10 Schuss von der schwarzen Wolf-Munition hast du noch was? also, ich kann nachkommen ne, ich hab noch Cold und so ne andere, aber ne, ich hab noch als Schrot die Munition im Verlager, aber ne Schrot die werden wir ja wohl auch nicht mehr finden doch, bestimmt schrot, die findet man immer hier, die war ich schon letztens hier ist Revolver irgendwo, hast du den Revolver noch? nein, oder? nein ich nehm trotzdem nicht für Klapp für andere Sachen warte hast du's? da oben im Tunnel sind gleich richtig, richtig, richtig viel zusammen ich weiß, irgendwann kommen die auch von hinten aber erstmal nach oben ja, geh du höher ich weiß nicht, wie das hier angeht auf geht mein ich da müssen wir rein, auf jeden Fall nein, hier nicht hier unten hier unten ich hab, ich hab auch ne Cold drin cool mit zwei Schuss gut hab ne SKS für dich damit kann man mit V mit dem Messer stechen wo ist die SKS? lebt dir irgendwo rum, falls du Revolvers hab ich noch 24 Schuss für dich ja, die Pair Revolver, ne? nicht Cold ne, Revolver hab ich nicht warte, ich lass kurz die Cold fallen, mal sehen, ob das Arsch was soll ich fallen lassen? warte mal, zwei das brauch ich nicht mehr SKS, aber SKS braucht hier, ähm Munition für die ja, für die AK ja, und Hauptsache zwei Waffen da sind aber schon 10 drin, René ok komm nicht zu lange Zeit vertröllen und in der anderen habe ich noch 24 drin komm, die noch telefonieren? nein ok, ähm, hast du da aufgemacht? ich hab mich in Dorn zu oder ob alles andersrum ich glaub andersrum ok ja, guck mal wie voll pass auf, da vergisst du es, vergisst du es, lass ihn abhauen hä? du ne 3 Schot, 3 Headshots mit der SKS und nicht tot, Leute lass mich nein hier sind zwei Kinder glaub ich drin oh man die Stelle hier hasse ich was auf das ist ein Baby fahrt mal eine ganze Muni, aber trotzdem Alter, dich hätte fast das Kind getötet, ne? brauchst du Bandagen? ne, ne du bist infiziert, oder? mh, doch, doch, bin ich du bist rot muss nicht, kann das sein, dass ich alleine weiter kämpfe ne, komm mal kurz zu mir ich geb dich Nicole mit 5, mit 8 Schissmagatzin und 15 so das mach ich mit der AK Hä? also das hängt sich grad richtig auf, ne? du bist ja nicht tot, oder? mh du, du brauchst nicht schießen, du brauchst nicht schießen du brauchst nicht schießen dann mach du das alleine und dann du, du sagst mir doch, dass die von hinten nicht so dicht ankommen hinten sind keine oh, die kommen schon noch ah, gut bin der Heiler ich bin der Heiler ich bin der Heiler ich bin der Heiler du bist, du bist was? ich bin der Heiler ich bin der Heiler ah, du bist der Heiler ja, gut pass auf das den mach ich jetzt kannst du auch wieder ein bisschen mitschießen aber du bist immer noch als rot angezeigt ich weiß, ich hatte auch kein Medik ich hatte nur an die Dings-Tabletten nach brauchst du ein Medik? ja, wär toll ich hab ein für dich ich hab ein richtig großes alter, das hängt sich grad voll auf bei mir hier, warte, warte, blem still da stehen ich hab ne Bandage ich brauch Medik, keine Bandage eins weil ich, du brauchst sie doch ich brauch ein Medik Bandage brauch ich nicht ich hab eine Bandage da sind die Medik hä? mein Gott alter was ist? ich kann das, ich kann die Bandage nicht mehr aufheben hä? boah ey, das Spiel lecker so, ne? wo bist du? ich bin weitergegangen was heißt weiter weiter da wohl lang im Tunnel wieder rein no, neben Tunnel ist noch so ein Eingang ja, du bist da mit Bunsenbrenner, ne? bin fast leer bin fast leer bin fast leer nein ich bin auch leer ich hab nur noch die Cold warte kurz mal warte kurz mal bist du gleich weg? 17 Schuss, scheiße bist du gleich weg? inwiefern weg? bist du gleich tot? nein weil du immer noch rot angezeigt wirst ja, ich weiß das sieht aber nur weil ich so wie, so ne geringe im Anzeige da alter, das leckt so, ne? was ist jetzt, was müssen wir jetzt noch machen? René? hier gibt's doch hier gibt's doch gar nichts mehr zu tun Doch. Was? Ich bin auf die Tür. Kommst du mit? Ja, ich... Das hängt sich hier gerade voll auf. Na, jetzt läuft's wieder. Die Hälfte des Weges war doch relativ unnötig. Wie bitte? Die Hälfte des Weges war doch relativ unnötig. Ja. Lol. Du hast... Du hast nicht angefangen zu brennen, da. Ich will den ganzen Versuch, geht nicht. Kann man hier schwimmen? Kannst du versuchen. Okay, das verstehe ich jetzt nicht, warum man das hier nicht so oft machen kann. Das ist ein Witziger Bug. Wir werden ihn hier weiter untersuchen und nochmal gucken. Ja, äh... Dann würde ich erst mal sagen, wir machen hier einen Schluss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.